Grüezi Zürich, guten Abend Deutschland, hier die Schlagzeile von heute. Prinz Ernst August mit neuer Flamme auf Ibiza. Einer der höchsten adeligen Deutschlands, Prinz Ernst August von Hannover, der seit 1999 immer noch verheiratet mit Prinzessin Caroline von Monaco ist und seit 2009 entspannt getrennt lebt, macht gerade Ferien auf Ibiza. Zusammen mit seinem jüngsten Sohn Prinz Christian und dessen peruanischer Ehefrau Alessandra Osmar sowie ihren dreijährigen Zwillingen Nikolas und Sophia genießt er Sonne und Strand auf der Ininsel. Ernst August mag Ibiza, er fand auch da sein neues Glück. Mit von der Urlaubspartie ist auch Ernst Augusts Freundin Claudia Stilianopoulos, mit der er sich seit Oktober 2021 gut versteht. Der Elfenchef hat sie in einer Bar in Ibiza kennengelernt. Die spanische Künstlerin scheint Ruhe in sein turbulentes Leben gebracht zu haben. Ernst August ist seit 1997 geschieden von der Schweizerin Chantal Hochuli, mit der er die beiden Söhne Ernst August und Christian hat. Mit Caroline von Monaco hat er Tochter Alexandra. Das Kriegsbeil hat Prinz von Hannover mit seinem erstgeborenen Sohn ausgegraben, der ihn enttäuscht hat.